Vor allem, da hier immer wieder Koboide respawnen können, glaube ich, solange ich den anführe, nicht töte. So, zwei Wege habe ich noch, die ich gehen kann. Wie kann ich, ihr braucht, nur zu fragen, wenn das euer Wunsch ist. Worum geht, ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Ja, mein Schad, wenn das euer Wunsch ist. Au. War da eine Falle? Nein. Worum geht, wie ihr wünscht. Für euch tue ich alles. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr euch vorstellen könnt. Ja, ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr euch vorstellen könnt. Oh, ein Skelett. Schlagt mich nieder, nehmt die Rüstung zurück. Sagt an. Wie kann ich, ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Lasst sie uns ordentlich verändern. Sprecht und verschwindet. Ja, eine verrostete alte Rüstung. Habe ich noch eine Heilung für Safana? Ja. Sie hat leider nichts mehr. Für, wenn das euer Wunsch ist. So, wieder ein toter Kobold. In Ordnung, wenn das euer Wunsch ist. Kommt, warum denn ich? Ja, wenn das euer Wunsch ist. Natürlich gehen die Pfeile auf Safana. Das ist nicht so nett. Mit Vergnügen. Ich brauche in Ordnung. Wie kann ich, ihr braucht nur zu fragen. Ja, für was haben wir sonst Heidtränke? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Ich fühle mich so sinnlich. Worum geht es diesmal? Feuer, 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 Quick Save. Für euch tue ich alles, wenn das euer Wunsch ist. Au. Na, in Ordnung. Alles wegen des lieben Geldes. Aber natürlich, Schätzchen. Kommt. Äh, äh, sicher. Ihr aber natürlich, Schätzchen. Au. Safana hat's pulverisiert. Und keiner sagt was dazu. Mit Vergnügen. Na, warum denn ich? Komm. Sicher. Alles wegen des... Ja, wenn das euer Wunsch ist. Au. Oh. Gut. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Hm. Alles wegen des lieben Geldes. Äh. Äh. Okay. Ja. Mit Vergnügen. Worum geht es ihr braucht? Nur zu fragen. Für euch tue ich an. Mit Vergnügen. So, die Falle ist entschärft. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. Die Falle ist auch entschärft. Ach. Hier geht's noch rum. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ja. Mit Vergnügen. Hm. Vielleicht laufen wir hier einmal im Kreis. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Für... Mit Vergnügen. Worum geht ihr braucht nur zu fragen. Aber natürlich, Schätzchen. Und noch eine Falle. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Ja. Mein Schatz. Wenn das auf der Wunsch ist. Ja. Und noch mehr Kobolde. Sagt. Warum denn wir? Again. Angriff. Ich bin verletzt. Alles für mich. Ich tue ich alles. Komm. In Ordnung. Okay. Wir brauchen wieder einen Hightrank für sie. So. Ich brauche in Ordnung. Wir haben kein Warum denn ich. Mit Vergnügen. Hier in der Ecke ist keine Falle, so wie es aussieht. Wie kann ihr braucht nur zu fragen. Aber wir sind hier Feuerpfeile ein paar. Ja, mein aber natürlich, Schätzchen. Das war wieder sehr knapp. Geisterwetter. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja. 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 Da haben wir eine Quest gerade angenommen und auch abgeschlossen. geschlossen. Ja. Mit Vergnügen. Hier könnte wieder eine Falle am Ende sein. So umgehen, wie ihr wünscht. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Hm. Ist keine Falle am Ende? Nö. Tatsächlich ist mal keine Falle am Ende. Tatsächlich ist mal keine Falle am Ende. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue ich alles. Komm. Sicher. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich brauche in Ordnung. Worum geht wie ihr wünscht? Ich hab keinen Bock zu aiden. Warum denn ich? Hier rum geht's zurück. Das heißt, wir gehen erst hier rum. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich führe aber natürlich, Schätzchen. Es könnte aber sein, dass hier der Ausgang ist. Nö. Hier ist auch immer wieder eine Sackgasse. Ja, bis jetzt haben wir nur einen Ausgang gefunden. Hm. Hm. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Okay. Ah, hier ist der zweite Ausgang. Gut. Zu wissen. Ja, mein Schatz. Aber natürlich. Schätzchen. Was das weh tut. Gut. Hier ist, glaube ich, keine Falle. Ist hier eine Falle? Nein, nein. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen. Ich fühle mich aber natürlich, Schätzchen. Worum ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. So. Damit sind wir bis auf hier oben. Ja. Mit da Feuer, Wein, Brücke. Fertig soweit. Ja, wie ihr wünscht. Ja, und hier kommen wir. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier kommen wir im Keller von dem Ding raus. Ihr braucht nur zu fragen. Hä? Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? Ja. Wir würden gerne hier mal... ...sau vorne etwas heilen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, und da ich keine Lust habe, wieder durch die gesamten... das gesamte Labyrinth zu irren. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Nehmen wir den Eingang hier. Aber... Da das uns direkt zum O... zum Boss führt... ... ... ... ... Ja, ihr braucht nur zu fragen. Uhaha, Winzlinge wollen mit mir kämpfen, gut? Gut, kräftige Schwachköpfe sind mir die Liebsten. Hier werde ich jetzt alle sterben, wie alle anderen sterben.